Die dritte Höhle Ia konnte sich nicht daran erinnern, auf welchem Weg sie zum Berg gekommen waren, doch Misha konnte es. Jetzt sollten sie auf demselben Weg hinuntersteigen und es eilte. Wenn sie es nicht vor Einbruch der Dunkelheit schafften, waren sie verloren. Beim Aufstieg hatte sie hauptsächlich nach unten geschaut, auf ihre Füße und auf die Steine, aber Misha hatte sich die ganze Zeit umgeschaut und erinnerte sich. Man merkte ihr an, dass ihre Vorfahren Schlittenhunde in Sibirien gewesen waren. Sie senkte den Kopf, zog gleichmäßig, sah sich nie um. Misha, dachte ihr, auf dich kommt alles an, du musst den Weg finden, die anderen sitzen oben in der Höhle und verlassen sich auf uns. Misha, du musst hinfinden. Aber sie sagte nichts, folgte Misha nur, die gleichmäßig zog. Nein, Misha würde sie nicht enttäuschen. Kein Regen mehr, aber es war, als ginge man in dicker Milch. Jetzt weiß ich, was es bedeutet, Hund zu sein und an der Leine geführt zu werden, dachte Ia, denn Misha war diejenige, die bestimmte, wo sie gehen sollten. Sie waren durch die weiße Wolke hinabgestiegen und hatten nur ein paar Meter Sichtweite, es war unheimlich gewesen. Man hörte nichts außer dem Wasser, das von den Felswänden tropfte und dem Prasseln fallender Steine, und dann Misha, die vor ihren Füßen hechelte und genau zu wissen schien, welchen Weg sie zu gehen hatten. Dann kamen sie aus der Wolke heraus auf ihrer Unterseite und konnten besser sehen. Ia machte jede Stunde eine kurze Pause, sonst würde sie es nicht schaffen, und das sagte sie Misha. Dann setzte Misha sich zu ihren Füßen hin und blickte besorgt zu ihr auf. »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Misha«, sagte Ia dann, »ich schaffe es schon, aber ich muss mich zwischendurch ausruhen.« Einmal fing sie an zu weinen, weil sie so müde war, aber da stellte Misha sich auf die Hinterbeine und leckte ihr das Gesicht, und Ia musste lachen, und da war wieder alles gut. Das Schlimmste war, dass Ia Blasen bekam. Einmal setzte sie sich hin und zog den Stiefel aus, und da sah sie, dass die Ferse blutete. Doch sie hatte den Stiefel einfach umgedreht und das Blut ausgegossen, ohne zu weinen. Sie sagte nur »Shit«, denn sie hatte bei ihrem Papa gehört, dass man das sagte, wenn einem richtig Elend zumute war. Dann gingen sie weiter. Ihre Beine fühlten sich vollkommen taub an, ein paar Mal fiel sie hin und schrammte sich die Hände auf. Misha blieb jedes Mal stehen, man sah, dass sie unruhig war. Einmal, als Ia fiel und fast nicht mehr auf die Beine kam, begann Misha beinahe am ganzen Körper zu zittern. Vielleicht war sie auch müde, vielleicht fürchtete sie, dass Ia es nicht schaffte. Da leckte sie ihr das Gesicht, es war, als ob sie sagen wollte »Nicht aufgeben, Frau kann!« »Ich bin okay, Misha, geh weiter!« Und sie gingen weiter, obwohl sie immer langsamer wurden. Sie wussten beide, dass sie vor Einbruch der Dunkelheit ankommen mussten. Sie brauchten sechs Stunden bis zum Haus. Ia war schweißnaß und ihre Handflächen bluteten. Misha bellte schon aus einiger Entfernung mächtig laut, damit Gunilla auf sie aufmerksam wurde. Sie kam mit Skrutten auf dem Arm auf die Veranda und schrie fast, als sie erfuhr, was passiert war. Misha ging ins Haus und trank Wasser aus ihrem Napf. Ia saß nur auf der Terrasse und keuchte und sah nur vor sich hin und dachte an gar nichts, nur, dass sie es geschafft hatte. Gunilla rief den Rettungsdienst in Karstadt an und die Polizei. »Aber wie finden wir sie?« fragte Gunilla. »Sie wissen ja nicht, wo die Höhlen liegen.« »Nur ruhig«, sagte Ia. »Ich weiß es. Sie sind in der zweiten Höhle. Ich fliege im Hubschrauber mit. Es gibt drei Höhlen am Berg. Die erste ist Basislager 1 mit dem Proviant. Da ist es nicht. Die zweite ist die Wolfshöhle. Da ist es.« »Und was ist mit der dritten Höhle?« fragte Gunilla. »Ich weiß es nicht«, sagte Ia. »Wir sind nicht da gewesen.« »Warum nicht?« »Weiß nicht«, antwortete Ia. Und da hörten sie das Geräusch des Rettungshubschraubers. Er kam aus Karstadt, schwenkte von Westen über den See Wörlern, der unterhalb des Hauses lag, über das Dorf Helgeboda, hinunter zu dem Haus, das Söderas hieß, und landete auf dem Rasen, um Ia und Misha an Bord zu nehmen. Die beiden, die den Weg zeigen sollten, zu den in Not befindlichen in der zweiten Höhle am Dreihöhlenberg. Der Hubschrauber stieg durch die Wolke. In der Ferne türmte sich der Dreihöhlenberg auf, und man konnte ganz oben unter dem Gipfel des Berges die beiden Höhleneingänge sehen, die wie zwei schwarze Augen übers Tal blickten. Ia spähte nach vorn, sie stand neben den beiden Piloten und zeigte, und vor der rechten Höhle meinte sie, einen kleinen Jungen mit blondem Haar zu erkennen, der zu ihnen hinaufspähte. Das musste Markus sein. Komisch war, dass sie auch zwei Unbekannte sah, einen Mann, der in wilder Flucht den Berghang hinabrannte und kurz darauf in der Wolke verschwand, die den halben Berg bedeckte, und einen zweiten, der stürzte und sein Gewehr verlor und liegen blieb. Das sind die Jäger, das sind die Wolfsmörder, rief sie dem Polizisten ins Ohr. Er sah hinunter, der Hubschrauber legte sich in eine Kurve, und er nickte. Hinter denen sind wir schon lange her, sagte er. Dann rief er über Funk den zweiten Hubschrauber. Es war jetzt Zeit genug, die Wolfsmörder zu fassen, sie würden nicht entkommen. Doch zuerst mussten sie die in Not befindlichen in der Höhle retten. Der Hubschrauber flog in einer weiten Kurve um die Spitze des Bergs und suchte nach einem Landeplatz, und sie hatten Glück. Ein Stück über der Wolfshöhle war ein ebener Absatz, genau auf dem Gipfel. Der Hubschrauber sank langsam abwärts auf die Landestelle zu, die Motoren dröhnten. Als der Hubschrauber sich dem Boden näherte, wurden Gras und Zweige aufgewirbelt, und mit einem Bums stand er auf der Spitze des Berges. Sie waren da, und Ia ging zur Kante der Spitze und sah hinunter, und da stand Markus und winkte, wild und glücklich, und dann kamen die anderen heraus, eine nach dem anderen, und die Kinder waren wieder vereint. Die Piloten des Rettungshubschraubers gingen mit der Trage zur Höhle hinunter und zu Großvater hinein. Er lag auf dem Boden und sah dankbar aus. Am allerdankbarsten war er, als einer der Piloten eine Spritze mit einem schmerzstillenden Medikament hervorholte und sie ihm ins Bein stach. Da sagte er, »Uff«, und lächelte zum ersten Mal seit zwei Tagen. Anschließend hoben sie ihn behutsam auf die Trage und brachten ihn zum Hubschrauber. Misha folgte ihnen die ganze Zeit, wie um zu überwachen, dass alles richtig gemacht wurde. »Ihr habt es geschafft«, sagte Großvater zu Ia. »Ohne Misha wäre es nicht gegangen«, sagte sie und hörte sich enorm erwachsen an. »Ich meine, wir haben es zusammen gemacht.« »Noch eine Nacht hätte ich nicht überstanden«, sagte Großvater. »Doch«, sagte Mina, die zugehört hatte, »das hättest du bestimmt. Man kann mehr, als man glaubt.« Und da wurde Großvater ganz stumm, denn er wusste, dass es stimmte. Aber er hatte nicht gewusst, dass Mina es wusste, und deshalb verstummte er ein bisschen. Und dann hoben sie ihn in den Hubschrauber. Die Zeit des Abschieds von den Wölfen war gekommen, und sie fassten sich an den Händen und gingen in die Höhle, die ihnen einmal so erschreckend erschienen war, die ihnen aber trotzdem das Leben gerettet hatte. Sie gingen gemeinsam in die Höhle, um sich von der Wolfsmutter und dem Wolfsjungen zu verabschieden. Einer nach dem anderen drückten sie das Wolfsjunge. Die Wolfsmutter sah zu. Ihr nickten sie nur zu, denn sie hatten ein bisschen Respekt vor ihr, und Markus sagte nur ein wenig feierlich, »Danke für die zusammene Zeit, und es war mir ein Vergnügen.« »Für die gemeinsame Zeit, heißt es,« sagte ihr. Danach gingen sie zum Hubschrauber. Markus verließ die Höhle als letzter. Er stand da und sah zu, wie die anderen die wenigen Meter zur Hubschrauberlandestelle hinaufkletterten. Da war es, als käme ihm plötzlich ein Gedanke. Er sah Mina über die Kante verschwinden, blieb aber selbst stehen. Es war noch etwas zu tun. Er hatte etwas vergessen, oder richtiger, sie alle hatten etwas vergessen. Nur unweit von der Wolfshöhle lag ja noch eine Höhle. Es war die dritte Höhle am Dreihöhlenberg. Und plötzlich hatte Markus einen Entschluss gefasst. Er wollte es wissen. Er wollte den Dreihöhlenberg nicht verlassen, ohne die dritte Höhle gesehen zu haben. Es waren nicht mehr als 50 Meter dahin. Er musste zu der Höhle. Ein schmaler Pfad verlief parallel zur Spitze des Berges. Und als Markus ihm bis zur Höhle gefolgt war, fand er zuerst, dass die dritte Höhle genauso war wie die zweite. Eine runde Öffnung, vielleicht anderthalb Meter hoch, völlig rund. Er trat vorsichtig näher und schaute hinein. Zuerst sah er gar nichts. In der Höhle herrschte halbdunkel. Dann sah er etwas. Es war etwas da drinnen, etwas sehr Großes und Braunes, ein großes Tier lag da. Vielleicht schlief es, doch dann sah er, dass das Tier langsam den Kopf hob und ihn ansah. Es war ein Bär. Es war derselbe Bär, den er schon vorher gesehen hatte, der an der ersten Höhle vorbeigelaufen war, der gebrüllt hatte, sodass Misha verstand, der Bär, der sie vor den Jägern gewarnt hatte. Es war derselbe. Markus hatte die Höhle des Bären gefunden. Sie sahen sich einen Augenblick an. Keiner rührte sich. Dann sagte Markus, du kannst ruhig sein, die Jäger sind bald gefasst. Der zweite Polizeihubschrauber ist auf dem Weg. Diese Mörder kommen nicht nochmal. Der Bär lag vollkommen still, nur den Kopf erhoben. Dann gähnte er, öffnete einen gigantischen Rachen, schloss ihn wieder und steckte den Kopf zwischen die Tatzen. Er wollte schlafen. Es war, als wollte er sagen, versuch doch zu verstehen, aber danke jedenfalls. Danach ging Markus zurück zu den anderen. Der Hubschrauber mitsamt seiner Last von Geretteten hob langsam vom Dreihöhlenberg ab und nahm Kurs in östliche Richtung zum Krankenhaus in Karstadt. Wo bist du nur so lange gewesen? fragte Ia, beinahe ängstlich. Was hast du denn noch gemacht? Ich habe einen Bären gesehen, sagte Markus. Und dann fingen sie alle an zu lachen. Es war wie eine Erleichterung, wie eine Explosion. Die Expedition war vorüber, sie waren in äußerster Not gewesen, aber sie waren gerettet und sie lachten, weil sie fanden, dass Markus so witzig war. Der Einzige, der nicht lachte, war Markus. Großvater lag auf der Trage, er lag ganz dicht am Fenster und als der Hubschrauber aufstieg, schaute er zum Berg zurück. Die Wolke um den Berg war immer noch da und der Berg erhob sich wie ein großer schwarzer Elefant über all dem Weißen und ganz oben waren die beiden Höhlen, deren Eingänge wie Augen waren, die Großvater anblickten. Der Hubschrauber stieg langsam und plötzlich sah Großvater, wie sich etwas am Eingang der dritten Höhle bewegte. Er drehte den Kopf, um besser zu sehen, und wischte ein wenig Beschlag vom Fenster. Und da sah er es ganz deutlich. Ein Bär kam aus der Höhle, ein gigantischer brauner Bär, der sich auf seine Hinterläufe aufrichtete und zu dem Hubschrauber aufsah. Ein Bär. Markus hatte wirklich einen Bären gesehen. Der Hubschrauber wurde schneller, sie nahmen Kurs nach Osten, und der Berg wurde kleiner und kleiner. Großvater wandte sich an Markus und fragte, »Was war's noch mal, das du gesehen hast, Markus?« Markus war immer noch sauer und sagte nur leise, »Es glaubt mir ja doch keiner.« Großvater sah ihn lange an, lächelte ein wenig, streichelte ihm den Kopf und sagte, »Doch, Markus, ich glaube dir.« Der Hubschrauber hatte schon seine Flughöhe erreicht und nahm seine Reisegeschwindigkeit auf. Man konnte den Dreihöhlenberg nicht mehr sehen. Die Expedition war beendet. Die Wolfsmörder wurden am selben Abend gefasst. Zuerst der eine, der sich verletzt hatte, dann der andere. Sie hatten beim Gemeindehaus in Helgeboda, das neben dem Hof von Janne Johansson lag, einen Kastenwagen geparkt, und der Wagen war voller geschützter Vögel, die sie geschossen hatten, und gestohlene Eier. Sie kamen aus Hannover in Deutschland. Man kann sich fragen, ob sie wirklich verstanden hatten, was Markus gerufen hatte, doch das spielt ja keine Rolle. Er hatte gerufen, und sie hatten die Flucht ergriffen. Hinterher gab es einen unglaublichen Aufstand. Großvater bekam in der Universitätsklinik von Karstadt einen Gips und musste einige Tage dort bleiben, bevor er in das Haus in Helgeboda zurückkehren durfte. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass er ein paar Tage seine Ruhe hatte. Es war nicht leicht zu erklären, wozu die Expedition eigentlich hatte gut sein sollen. Die Eltern von Mina und Moa gerieten völlig aus dem Häuschen, und die Eltern von Ia und Markus ebenso, und sie alle kamen nach Wörmland, und Gunilla musste schweres Geschütz auffahren, damit sie nicht ins Krankenhaus nach Karstadt fuhren, um Großvater auszuschimpfen. In was hatte er die Kinder da hineingezogen? War er noch ganz gescheit? Es hätte ja wirklich böse enden können. Doch weil die Kinder fröhlich und gelassen wirkten und fanden, dass es spannend gewesen war, beruhigten sich die Eltern beinahe. Und Mats, der Papa von Markus, kam auf die Idee, einen Rollstuhl mit Elektroantrieb für Großvater zu kaufen. Er hieß Handu Bissi und hatte drei Gänge und eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern, konnte aber, darauf legte der Papa von Markus besonderen Wert, frisiert wären, sodass er 45 Stundenkilometer fuhr. Großvater wurde in den Rollstuhl gesetzt, und Mats hatte die Idee, den Rollstuhl als Rennwagen zu benutzen. Man konnte ums Haus und um ein paar Pflöcke fahren, die auf dem Rasen eingeschlagen wurden, so hatte man eine Rennstrecke und konnte die Zeit stoppen. Als erster fuhr Großvater ein paar Runden, und seine beste Zeit war eine Minute und 46 Sekunden. Dann setzten sie ihn mit ausgestrecktem Gips auf den Rasen und Markus durfte fahren. Er begann vorsichtig und erzielte in der ersten Runde eine Zeit von einer Minute und 32 Sekunden. Doch dann riskierte er zu viel und schmiss den Rollstuhl in einer der engsten Kurven um. Markus, sagte sein Papa, versuch doch mal zu verstehen. Du kannst nicht mit voller Pulle in die enge Kurve gehen. Du musst abbremsen und dann die Kurve nehmen. Ich zeig's dir. Hier ist die Stoppuhr. Pass auf jetzt, damit du es lernst. Großvater saß auf dem Rasen und streckte das Bein von sich und schaute zu. Neben ihm saß Mina und kraulte Elsa Gibbertson, den kleinen Welpen. Weißt du noch, wie es angefangen hat? fragte Großvater. Du bist von einem Krokodil gebissen worden und im Kongo Menschenfressern begegnet. Erinnerst du dich noch? Äh, sagte Mina. Ich hab doch nur geträumt. Wirklich? fragte Großvater. Ja, ganz sicher. Ich war doch noch so klein. Das ist doch schon so lange her. Großvater betrachtete sie eine Weile, ohne etwas zu sagen. Draußen auf der Rennbahn näherte sich Marz, der der Sohn von Großvater und ihm deshalb ziemlich ähnlich war. Genauso kindisch, pflegte Marz' Frau Ingrid zu sagen. Marz näherte sich der engen Kurve und hatte sich vorgenommen, einen Bahnrekord aufzustellen. Er nahm sie mit hohem Tempo und kippte mit einem Krachen um, überschlug sich, rollte den Abhang hinunter und landete in einer Brennnesselstaude. Man hörte ein schwaches Brüllen. Markus schaute mit einem strahlenden Lächeln auf seine Stoppuhr und stoppte nicht, aber er sah glücklich aus. Ja, sagte Großvater, das ist lange her, drei Wochen. Mina machte sich nicht so viel aus der Rennfahrerei. Sie saß mit dem Rücken zur Rennstrecke und blickte hinauf zum Wald, der ihr nicht mehr bedrohlich und gefährlich vorkam. Sie schloss die Augen und durchquerte in Gedanken den Wald, folgte dem langen Weg zum Basislager 1 in der ersten Höhle, stieg den Berg hinauf und kam zu den anderen Höhlen, zu zweiten und zu dritten. Sie dachte an den Bären, der, wie sie jetzt wusste, sicher in der dritten Höhle schlief. Und sie dachte an die Wolfsmutter in der zweiten Höhle, aber vor allem dachte sie an das Wolfsjunge. Sie glaubte fast sicher zu wissen, was Maja Hubert gerade tat. Sie saß bestimmt vor der Höhle und blickte übers Tal und den Wald. Vielleicht sah sie den Rauch von dem Haus in der Ferne und einen Streifen des Sees Werlen und am weitesten entfernt das norwegische Gebirge. Und sie hatte keine Angst mehr. Sie dachte wahrscheinlich an Mina. Sie dachte bestimmt an das, was geschehen war, wie sie von dem Hund Misha und den Kindern gerettet worden war und in dem Haus geschlafen hatte. Und Mina war sich ganz sicher, dass das Wolfsjunge schreckliche Sehnsucht nach ihr hatte. So war es und so ging es zu. Das war die ganze Geschichte.